Ja, dann, hallo und herzlich willkommen, Josef. Hallo, Tim. Genau, ich freue mich, dass wir uns jetzt hier nochmal treffen, weil wir haben uns das erste Mal Ende Mai getroffen am Hintertuxer Gletscher und da habe ich bei dir einen Workshop gemacht mit meinen Freunden, der Josi Worsek, den Dauer von den Berg und den Sukadas und den Max, die du ja auch alle kennst jetzt. Und ja, das Spannende war, wir sind alle sehr tief erfahrene Eisbader gewesen und sind zu dir gekommen und ehrlich gesagt dachten wir so, okay, wir lernen jetzt das Josef-System kennen. Also ich möchte, dass du vielleicht ein bisschen erzählst, was für verrückte Sachen du machst und gemacht hast, was für ein wahnsinns Typ du eigentlich bist. Und da dachte ich mir, okay, es muss ein Geheimnis geben, ein System geben, eine Methode geben. Und einerseits wurden wir so ein kleines bisschen ernüchtert, weil irgendwie gab es kein richtiges System, aber dabei haben wir gemerkt, für ich zumindestens, wie viel wir gelernt haben. Und ich möchte gleich mal das Zitat vorwegnehmen, was ich so wunderschön finde und das ist, dass du gesagt hast, nicht Härte schmilzt das Eis, sondern Liebe schmilzt das Eis. Und das drückt schon ganz, ganz viel aus, was für ein warmherziger Mensch du bist, der sich für Umweltschutz und allgemeinen Menschen sehr, sehr engagiert und natürlich aber auch ein paar extreme Sachen macht. Genau, also in diesem Sinne, das war der Vormonolog. Josef, erst mal, was bringt deine Augen zum Leuchten? Oh, ihr seht es im Hintergrund. Das ist der Natureispalast am Hintertuxer Gletscher. Das Wasser hat so im Winter fast über ein Grad Minus und im Sommer hat es noch immer unter 0 Grad, also zwischen 0,2 und 0,3 Grad. Also da drin zu schwimmen, ist schon immer toll. Also immer ein Erlebnis. Es ist die Höhle immer anders. Das bringt meine Augen so richtig zum Leuchten. Und natürlich mit den richtigen Leuten drin zu sein, das ist noch einmal ein Zusatz. Ja, also ich war nun auch in der Höhle gewesen und die Höhle leuchtet dann sicher schon. Das ist einfach unbeschreiblich, auf jeden Fall. Ja, ich meine, du hast ja ein paar Weltrekorde, Sachen gemacht, die gar nicht so richtig vorstellbar sind. Kannst du mal beschreiben, was ist in deiner Ansicht so das Verrückteste, was Härteste, was du je gemacht hast? Also ich dachte ja einmal, der große und fantastische Wim Hof hat diesen Weltrekord oder viele Weltrekorde aufgestellt. Einer davon war, sich im Eis in einer Box eindecken zu lassen mit Eiswürfeln. Und den hat dann ein Chines überboten, der Song Hao Jin, mit etwa 20 Sekunden mehr als Wim Hof. Und da dachte ich mir, oh mein Gott, der hat ja so geschrien, wie er den Weltrekord gemacht hat. Es hat mir fast Angst gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, es wäre eigentlich toll zu sehen, was da wirklich dahinter steckt. Und habe mir diese Zwei-Stunden-Marke genommen und habe mir gesagt, ich will jetzt niemanden schlagen, niemanden überbitten, sondern ich möchte sehen, was ist hinter diesen Zwei-Stunden. Ist das wirklich so extrem? Ich konnte es mir zuerst gar nicht vorstellen, weil Zwei-Stunden ist eine extrem lange Zeit. Und da komplett in Eis eingehüllt, also war für mich zuerst fast nicht schaffbar. Aber ich habe es dann visualisiert, habe das durchgezogen, waren dann zwei Stunden acht. Das war dann schon speziell und hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Und ein Jahr später habe ich dann zwei Stunden dreißig gemacht. Da ging es dann schon. Und ja, die Aussicht ist jetzt eben auf drei Stunden. Aber ich glaube, das wird jetzt der Kanadier in wenigen Wochen machen, drei Stunden im Eis stehen. Und dann schauen wir, dann muss ich ein bisschen was drauflegen, auch werden wir sehen. Aber ganz was Extremes. Und wo ich jetzt sage, das war echt am Limit. Und da hilft mir meine Erfahrung und meine Erfahrung auch im Risk-Management und in der Selbstbeurteilung. Das war genau in dieser Höhle hinter mir. Am 10. Juli diesen Jahres wollte ich die Eismeile schwimmen. Die Eismeile ist 1609,3 Meter in unter 5 Grad Wassertemperatur. Und es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die in Wasser unter 0 Grad geschwommen sind. Meistens im Salzwasser, das Mean Sea Level. Die Höhle da hinter mir ist auf 3214 Meter Seehöhe. Also das ist doppelte Hemisphäre, also doppelte Atmosphäre. Das ist schon eine ganz andere Sache. Und die Wassertemperatur hatte damals, wie ich geschwommen bin, minus 0,23, also minus 0,23 Grad, um genau zu sein. und wollte hier diese Eismeile schwimmen. Der Kanal ist genau 50 Meter, also 49,85 Meter lang und wollte eben somit 32 Längen schwimmen und ein wenig, also nochmal so über 10 Meter noch dazu oder 11. Und habe das dann begonnen, zu trainieren. Bin raufgefahren dann und habe da eine Woche lang speziell oben trainiert. bin die 450 geschwommen, bin 1000 geschwommen zweimal und habe dann noch eben versucht, diesen Weltrekord zu machen. Bin dann 1511 Meter geschwommen und das waren halt genau fast 100 Meter zu wenig. Aber es ging dann nicht mehr. Ich war 38 Minuten in dieser Temperatur. Ihr wisst alle, ihr seid nicht unerfahren mit Kälte und du, Tim, kennst du das da hinter mir, das Gewässer sehr gut. Es können zwei Minuten schon sehr, sehr wehtun. Und 38 Minuten schmerzen natürlich auch. Und wenn dann eine gewisse Situation eintritt, wo in meinem Risk Management beziehungsweise in meiner Checkliste Lücken entstehen, dann hast du abzubrechen. Egal was es ist, ob jetzt noch 100 Meter mehr sind oder weniger, das ist gleich. Ich habe ja sowieso einen Weltrekord. Das ist ja total egal. Und es ist die Gesundheit noch im Vordergrund. Und das Recovery war dann natürlich das Extreme dann. Wirklich extrem. Also ich habe dann 15 Minuten benötigt, um meinen Körper so weit zu bringen mit Rotlicht, dass er von selbst wieder zu zittern beginnt. Das heißt, Körperkerntemperatur unter 27 Grad. Und ja, und dann zwei Stunden warm gezittert und dann ging es schon wieder. Aber ich habe auch hier sieben Kilogramm, sieben Liter, Entschuldigung, sieben Liter Sauerstoff, reinen Sauerstoff verbraucht, weil ich es einfach, ich habe es gebraucht. Also ich habe es inhaliert, das Ding, zwei Stunden lang. Das war so mein extremstes Ding, was ich bis jetzt gebraucht habe. Wow, das ist, das ist wirklich krass. Also, weil tatsächlich, wie gesagt, ich denke, ich bin ein relativ erfahrener Eisbader. Es war schon mal eine Stunde im kalten Wasser, wo die Hände draußen waren. Und dann war ich aber auch in diesem Kanal, der hinter dir praktisch ist. Und ich war dreieinhalb Minuten das erste Mal drin. Und ich werde es nicht vergessen, weil wo ich rausgekommen bin, habe ich meine Hände nicht mehr gespürt. Und das war, ich hatte noch nicht so viel Erfahrung wie du. Und da hatte ich, ich hatte Angst, weil ich das nicht kannte. Ich kannte den Schmerz. Ich kannte Schmerzen in Händen. Und Schmerz sagt mir aber, okay, Nerven ist alles okay. Aber in dem Moment in der Leiter hatte ich keine Schmerzen mehr in den Händen, ich habe sie nicht mehr gespürt. Und das war ungewohnt. Das war, die Erfahrung hatte ich nicht. Und ich war total glücklich, dass wir nach fünf Minuten die Hände wehgetan hatten, weil ich wusste, okay, diesen Schmerz kenne ich. Da war alles okay. Und ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, 38 Minuten da drin zu sein. Es ist auch diese, deswegen diese Symptomatik oder dieser Ablauf beim Training am ersten Tag nicht zu viel zu geben. Aber deswegen dauert er ja auch vier Tage, damit du diesen Erfolg siehst, damit du da drin auch einmal richtig schwimmen kannst, damit du danach keine Probleme hast. Ich hatte jetzt sechs Wochen lang einen tauben Finger. Sechs Wochen lang. Ja, nachdem. Aber jetzt ist wieder alles ganz normal. Und du hast gesagt, im Kopf hast du eine Checkliste, die du abcheckst, die Sicherheitscheckliste. Was läuft dir im Kopf dabei ab? Ich bin ja in der Luftfahrt tätig und da arbeitet man viel mit Checklisten. Und das habe ich mir auch angewohnt, dass in Extremsituationen, und da musst du dich darauf einschwören, dass wenn hier irgendwo eine Lücke entsteht, dass du dann auch dich daran hältst und aufhörst. Ihr wisst ja zum Teil, dass nach einer gewissen Zeit im kalten Wasser, und vor allem, wenn du auch immer den Kopf im kalten Wasser hast, tritt diese Kältedummheit ein. Die kann in Sekunden schneller kommen. Und da merkt man beim Schwimmen, man schwimmt normalerweise ziemlich flach im Wasser und dann gehen die Füße runter und so weiter. Es kommen viele Parameter dazu. Und bei mir war dann ausschlaggebend, dass ich eben, ich habe drüben die Länge 29 angezeigt bekommen, bin dann durchgeschwommen, die Länge 30 gemacht und dachte dann, ich bin jetzt fertig, ich muss nur noch diese kurze Strecke nochmal schwimmen von etwa 10, 15 Metern, habe die dann noch vollzogen mit Ach und Krach und bin dann so da gestanden am Beckenrand, ich sage immer Becken dazu, und die haben mich dann gefragt, du musst jetzt ja noch 100 Meter schwimmen und dann habe ich überlegt, na, wenn ich es jetzt schon immer weiß, dass ich eigentlich noch 100 Meter habe, dann darf ich jetzt nicht mehr weiterschwimmen. Und dann haben wir eigentlich keine Worte mehr benötigt, bin da gestanden, habe sie nur angeschaut, habe noch ein bisschen mit den Händen gefuchtelt und dann haben sie mich rausgeholt, aus dem Wasser, rausgezogen und dann war es das. Wenn du jetzt dieses Vertrauen zu dir selbst und die Erfahrung nicht hast, würdest du vielleicht aufgrund dessen, dass du das unbedingt schaffen willst, umdrehen und noch 100 Meter schwimmen. Aber ich habe die letzten 100 Meter, ich habe für die 3 Minuten gebraucht und das ist extrem lange. Und noch einmal 3 bis 5 Minuten in dem kalten Wasser, das kann dann echt, das kann zum Tod führen. Weil das kann zu dem führen, dass du dich wirklich nicht mehr auch mit Rotlicht und allen Hilfsmitteln nicht mehr erwärmen kannst. Und dann hat mein Arzt hat ja auch mitgehabt diesen Knochenbohrer. Also wenn du dann auch keine Venen und so mehr kriegst oder siehst, dann bohren die dir ein Loch in den Unterschenkel und spritzen dir dann das Adrenalin dort hinein. Und ich habe mir ganz fest vorgetan, das machen die nicht mit mir. Du spürst es zwar nicht, aber das machen sie nicht mit mir. Und habe ich ganz, ganz fest an diese Checkliste gehalten. Ich möchte noch sagen, dass du so Checklisten ansprichst, weil ich habe vor Jahren ein Buch gelesen, was das Checklistmanifesto hieß von Agul-Avande, Gavande oder so. Und es ging genau darum, dass in der Luftfahrt überall Checklisten verwendet wurden und dieses Prinzip der Checklisten, man das überall anwenden sollte, um, wie du eigentlich sagst, Fehler zu vermeiden. Und das war genau die Geschichte aus der Luftfahrt. Ich schicke mir dann den Buchtitel noch, das möchte ich mir nochmal durchlesen, zum rekapitulieren. Vielleicht ist noch was dabei, wie ich mich verbessern kann. Also ich dachte, du kennst das, weil das so jetzt klingt, als wenn du das geschrieben hättest. Echt? Nein, also das kommt aus der Luftfahrt von mir. Bei mir aus der Luftfahrt. Müsst du dich danach noch bewegen oder wie kann man sich das vorstellen danach? Also du kennst ja das Boot, was da drin ist. Das mussten wir herausgeben. Das kam dort. Wir sind drüben bei der Leiter rein. Wir sind auf der anderen Stelle, auf der anderen Seite reingegangen. Dort war dann das Boot hinten dieser Nische drin. Und wir hatten im Gang einen Platz von etwa einem Meter zehn. Da ist dann diese Bache drinnen gelegen mit dem ganzen Wärme-Equipment. Und es war extrem wenig Platz. Und es war sehr beengend. Und ich konnte mich dann jetzt nicht wirklich viel bewegen. Es war dann kurz ein Meter Moment, ob sie mich jetzt, also ist der Hubschrauber, haben sie schon rausgezogen, um mich abzuholen. Dann war diese Situation, wie bringen sie mich aus der Höhle raus? Ich kann nicht gehen. Und dann haben sie aber gemerkt, okay, ich erhole mich, es wird besser, es läuft wieder mehr, ich wärme mich auf, ich fange an zu zittern. Dann wurde das wieder weggegeben. Und ja, nach zwei Stunden war er dann fertig mit Zittern und so. Dann bin ich ganz normal aufgestanden. Dann bin ich auch aufgegangen zum Container, wo es eben losgeht. Und dann haben wir da oben eine Flasche Sekt gekillt. Und danach habe ich gesagt, ja, okay, jetzt gehen wir noch auf diesen Berg hinauf, auf die gefrorene Wandspitze mit dem Herbert Bichtler und der Barbara Anderl sind wir da noch auf. Und ja, also eine Bergtour, Klettertour nach dem Weltrekord. Das musste dann sein, das gründet Abschluss. Aber du hast deine Hände nicht mehr gestört. Ja, also da sind sie halt schon taub gewesen, vor allem die vorderen Bereiche. Aber das ist erst, das kommt ja erst dann ein, zwei Tage später. Also wenn ihr, ihr könnt es ja auf dem Blog auch nachlesen, im Wasser selbst hat es drei Phasen gegeben beim Schwimmen. Also dieses, wo die Hände Schmerzen wehtun und Richtung Taubheit gehen. Und dann eben der Hauptteil, wo du nichts spürst. Also da spürst du einfach nichts, da kämpfst du dich einfach durch. Und dann der letzte Teil, wo es eben wieder zum Schmerzen beginnt, ist, die Kette Dummheit spielt da ein bisschen einen Streich. Du weißt, es geht zu Ende und die Konzentration lässt nach und schießt ein und somit an die Schmerzen zurück. Und die Schmerzen sind aber anders. Also die gehen so richtig auf die Gelenke, auf die Knochen, die spürst du ein bisschen in die Knochen rein. Und ich habe so eine Aussage getätigt danach, du möchtest am liebsten beim Schwimmen schreien, weil es wirklich, es geht in Mark und Bein. Also wenn ihr auch die Schmerzen kennt am Kopf, wenn es so richtig kalt wird bei den ersten Malen, wo du mit dem Kopf untertauchst und so, das tut dann andauernd so weh. Und es war auch dann die Höhe des Sauerstoffentzugs, der kommt dann noch dazu, dass du auch innen im Gehirn Schmerzen hast vom Sauerstoffentzug und der Höhe. Also das ist eine Kombination aus vielerlei Schmerzen, die halt auf einmal dann wirken. Und das waren die drei Phasen und das ist halt sehr ungut. Aber bewältigbar, wie man es sieht. Ja, bewältigbar, was für Strategien hast du an Mentalstrategien, um da mit den Schmerzen umzugehen? Also ich kann nur kurz erläutern, wie das die ganze Woche hindurch war. Ihr kennt das vielleicht, ihr geht jetzt irgendwo hin, habt es ein extrem ungutes Gefühl, also beim Training schon. schnürt euch den Hals zu, weil du schon immer weißt, am Ende der Woche schwimmst du da so weit, wie noch nie ein Mensch geschwommen ist. Das würde extrem wehtun und alles. Und am Tag zuvor, am Abend vor dem Weltrekord, ich möchte mal weiter zurückgehen. Also ich bin auch jeden Tag vom Hotel runtergegangen, im Bad Hotel Kirchler. Die Stiege runter und da steht ein großer Spiegel. Und ich bin jeden Tag vorbeigegangen bei dem Spiegel und habe halt so reingegrüßt aus Spaß. Und am letzten Tag, also am Tag zuvor, habe ich noch abgeschlossen mit allem. Also ich habe noch aufgeschrieben so ein Testament noch einmal, was ich mir so wünsche, was von mir übrig bleiben sollte, wenn es nicht klappen sollte. Ja, wie man es halt so macht. Da auch viel durchgegangen, abgeklärt. Das mit dem Knochenbohrer ist mir im Kopf gewesen. Und ja, dann geschlafen, gut geschlafen eigentlich. Am Morgen runtergegangen, beim Spiegel vorbeigegangen. Es hat mich geschreckt. Ich bin noch einmal zurückgegangen. Ich hatte eine total andere Körperhaltung als sonst. Also ich war so, vielleicht kennt ihr das, so aggressiv. Ich will das jetzt. Egal was ist. Ich bin fokussiert auf das. Ich will das jetzt machen. Ich schwimme da um jetzt einen Weltrekord. Und so ging es mir auch dann die ganze Zeit rauf. Ich war total ruhig, total gefasst, um, noch Scherze gemacht, und Reins in die Höhle. Er hat mich umgezogen und du weißt, alle anderen sind teilweise halt nervös, ist große Verantwortung, und, und, und. Alle haben ihren Job irgendwie gemacht, toll gemacht. Das Team war herrlich und haben alles vorbereitet, aber waren schon nervös. Es steht ja mein Leben auf dem Spiel. Aber da war ich der extrem ruhende Pol. Also mich hat da nichts aus der Ruhe gebracht. Ich war gefasst, habe mich kurz vorbereitet. Mein Mindset war klar, der Fokus auf dem Ziel und unerschütterlich bin ich da ins Wasser gestiegen. Ich habe mich dann im Nachhinein selbst gewundert, weil das ist ja doch saukalig. Und man würde normalerweise ein bisschen zögern, aber wenn man so das Video sieht auf meinem YouTube-Kanal, wie ich da reinsteige, das ist so, als ginge ich in eine Badewarme rein, in ein warmes Wasser. Aber ich war dann schon so fokussiert, dass es kein Problem war. Und da ging es halt los. Ja, krass, krass spannend, ja. Ich habe auf dem Artikel, ich glaube, Red Bull war das, da hast du die Geschichte erzählt, das war dann wahrscheinlich ein paar Jahre zurück in München, dass du immer, ich glaube, es war die Geschichte, du bist U-Bahn gefahren, wolltest zum Schwimmen gehen, hast gemerkt, wie du währenddessen schon Angst bekommen hast. Und das war immer so ein Anker oder sowas gewesen und hast dann gesagt, okay, wenn ich so einen negativen Anker habe, dass ich zu einem bestimmten Auslöser mal Angst kriege, kann ich auch positiven Anker setzen und mit positiven Emotionen in der Extreme arbeiten. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Ja, genau. Das war so zu Beginn meiner Eisschwimm-Karriere, dass ich eben mit der U-Bahn Richtung Donau gefahren bin und das habe ich jeden Tag am Morgen gemacht, jeden Tag. Rausgefahren, runtergegangen, zum Wasser schwimmen. Und mein Körper hat dann, wenn die Ansagerin die U-Bahn-Station Neue Donau angekündigt hat, ist bei mir was losgegangen. Also Zuschnüren, Übelkeit, leichte Angst und so. Also der Körper hat sich darauf eingestellt, jetzt wird es hart. Jetzt wird es echt hart. Er kämpft wieder mal um sein Leben, der Körper hat sich darauf eingestellt. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, das kann ich jetzt auch nutzen. Genau dieses Codewort habe ich dann benutzt, lange Zeit, um mich vorzubereiten auf so eine Extremsituation, also meinen Körper. Das wurde von Angst wurde dann eigentlich das Ganze zu meiner Stärke. Dieses Codewort wurde dann zu einer Stärke, da habe ich den Motor angedreht. Ihr kennt das vielleicht diesen Trucker-Film, wo Sylvester Stallone da die Kappe rüberzieht und dann startet seine Maschine. So kann man das in etwa vorstellen mit meinem positiven Anker, den ich da gehört habe. Und oben auf meinem Kurs habe ich euch das auch gezeigt, wie man das halt dann im Wasser umsetzt. Und nachher vor allem dieses tolle Gefühl, weil wenn du da drinnen warst, in dem Jahrtausende alten Wasser, in dieser Gletscherhöhle, 30 Meter unter dem Eis, dass du diese Energie, die da drin vorhanden ist, dass du die dir mitnehmen kannst. Dass du selbst was los wirst, was Negatives, und du das Positive mitnimmst. Wie verankerst du das dann, das Gefühl danach? Also ich habe so einen Schmerzreiz eben. Den habe ich hier im, ihr seht es jetzt hier im Zeigefinger, setze ich mit dem Daumennagel einen Schmerzreiz und da stelle ich mir halt diese Emotion, die verinnerliche, also die koste ich richtig aus. Einige unter euch werden Kinder haben und das ist halt so, wenn du das erste Mal dein Neugeborenes auf dem Arm hältst. Das erste Mal Augenkontakt, da fängt es mir jetzt schon, da stellst du mir die Haare auf, einfach vor lauter Glücksgefühl. Und das ist eine der stärksten Emotionen, die ich jedem mitbekommen habe oder erlebt haben durfte. Und genau dieses Gefühl, das speichere ich mir auf. Und das versuche ich dann, wenn ich es brauche, in einer schlechten Situation, dann drücke ich diesen Punkt und versuche mir diese Situation vorzustellen, wie sie damals war. Sei es im Natureisblast oder im Krankenhaus mit den Kindern, dass ich genau diesen Reiz, diese Verbindung, neuronale Verbindung wieder starte und dass ich diese Emotion wieder hoch bekomme. Und dann geht eigentlich alles wieder ein bisschen leichter. Ich habe mich motiviert, ich habe ein gutes Glücksgefühl und alle schlechten Gedanken sind so ein bisschen nach hinten geschoben und die können auf das Ziel losgehen. Das ist total wertvoll. Also würdest du zum Beispiel auch, wenn du den Weltrekord jetzt geschafft hast oder hättest, das wieder verankern und das vor dem nächsten Versuch praktisch nehmen, zum Beispiel jetzt? Ja, also es war ja für mich ein positives Gefühl auch. Das war ja jetzt nicht, dass ich den Weltrekord nicht geschafft habe. Es war ja einer, ich habe nur mein Ziel nicht erreicht. Also mein großes Ziel. Für mich war es ein Sieg. Also für mich war es ein Sieg. Ich kannte mir das vor Jahren, wo ein guter deutscher Schwimmer hat mir gesagt, geh doch vorauf, da ist es eine tolle Location zum Schwimmen und zum Trainieren. Ich habe das damals gesagt, hier wäre es cool, eine Eismeil zu schwimmen. Aber ob das möglich ist, habe ich damals nicht gewusst. Aber es ist halt möglich mit Training und mit Fokussieren und mit der richtigen Motivation und dem tollen Team. Dann ist es auch möglich. und die werden es auch bald wieder machen. Ich finde es total interessant, bei solchen Sachen drüber nachzudenken, mit dem Thema Angst. Also die Frage, die ich stellen werde, ist, inwiefern du Angst hast und wie du Angst dann bewertest. Weil also ich persönlich habe jetzt nicht so extreme Sachen gemacht wie du, aber ich kenne dann das, wenn ich Angst habe, aber ich weiß, es ist eigentlich alles okay. Und dann kann ich da auch ganz gut rüber gehen. Dann gibt es aber diesen Punkt, wo auch mein Verstand einschätzt, okay, ich habe Angst. und es kann wirklich was passieren. Und dann ist diese Angst halt realer als eine Angst, wo mein Gehirn sagt, okay, passt eigentlich alles so. Weißt du, was ich meine? Also wie gehst du mit der Angst um und wie schätzt du auch eine Situation vielleicht ein, wo du nicht weißt, ob du sie richtig einschätzen kannst überhaupt? Also ich versuche, die Situation im Vorhinein zu analysieren. Was kann passieren, dass ich es nicht schaffe? Da schreibe ich mir eine Liste und zähle alles auf, was in etwa passieren könnte. Und somit weiß ich einmal, das sind die großen Gefahren. Und dann versuche ich, diese Gefahren zu trainieren. Also ich schaue, dass ich alles trainiert habe, dass dann in der Situation, da kann auch noch was passieren, was ich nicht bedacht habe. Aber alles andere wäre ausgeschlossen, weil ich es schon trainiert habe. Und somit kann etwas Unvorbereitetes noch kommen und das kann ich dann aber, ich habe noch genug Kapazitäten, weil ich alles andere schon trainiert habe. Und so ist meine Vorgehensweise. So war es am Ärmelkanal, so habe ich es auch am Nordkanal versucht und so habe ich es auch hier im Gletscher gemacht und bei anderen Situationen auch. Ist halt so, ja. Das ist ja auch so beim Fallschirmspringen. Ich bin ja früher Fallschirm gesprungen. Du hast ja auch eine Checklist in etwa, ja. Was ist der Schirm, die Griffe, da ist alles zu, sind die Splinte drin und so weiter. Ich habe Gefahrgut im Lufttransport verpackt und versendet. Du hast auch eine Checklist. Da schaust du, ist alles oben, sind alle Dinge drin, noch richtigen Verpackungsvorschriften und so weiter. Und du hast überall Checklisten. Und trainieren tust du halt immer das. Alles so gut als möglich, damit du alle Gefahren eben schon mal trainiert hast und du weißt, wie sie dann gehen wird. Es ist unter anderem so, dass ich teilweise im Winter, in der Nacht durch die Donau schwimme. Ja, da sind viele Gefahren. Da kommt es aber auch so, dass ich Angst habe. Aber das ist Angst, die nicht negativ ist, sondern ich arbeite mich dahin. Und somit hilft es mir bei einer anderen Situation, ich kenne dieses Angstgefühl, weiß aber trotzdem, ich erstarre damit, sondern ich weiß, okay, ich mache weiter. Das ist jetzt so das Problem. Das musst du einfach nicht durchstehen. Bleib beim Ziel. Bleib fokussiert. Dann macht ja auch so eine Situation kein Problem. Ja, faszinierend, faszinierend. Ich habe gelesen, du hast ja 2011 das erste Mal so ein kaltes Schwimmen gemacht an sich. Aber, jetzt kommt das Aber, du bist ja, wo du aufgewachsen bist, schon super viel kalt baden gewesen. Denkst du, es wäre möglich, hätte ich jetzt 2011 erst angefangen, allgemein dich mit Kälte zu beschäftigen? Denkst du, es wäre auch möglich, was du jetzt machst? Oder denkst du, gerade die Prägung in der Kindheit war auch ganz, ganz entscheidend? Ich denke sicher, da habe ich vielleicht ein bisschen einen Vorteil, könnte man sagen. Ich bin wirklich in der Natur groß geworden, an einem schönen See, aber ich hatte das nie im Kopf. Aber bei uns war es jetzt so, dass wir auf einem Bauernhof, dass ich auf einem Bauernhof groß gewachsen bin, also aufgewachsen bin. Und da lag auch schon mal am Fenster am Morgen ein bisschen Schnee, am Fensterbrett innen. Und ja, die Kälte ist jetzt nicht so das große Problem gewesen schon von jeher. Aber ich denke auch, dass du es auch wieder verlieren kannst, wenn du in einer Gegend dann weiterhin lebst, wo es warm ist. Ich bin jetzt doch kein Wissenschaftler, aber ich denke mal, es ist sicher ein Vorteil eher gewesen. Als wie wenn ich jetzt in Italien oder in Sierra Leone groß geworden wäre. Ich hatte auch schon Leute aus dem Südsudan, in Wien beim Sonntagsschwimmen beziehungsweise beim Vollmondschwimmen und der war Taucher und wenn sie runtertauchen, ist es auch kalt. Aber er hatte weniger gute Vorteile als ich. Ich denke aber, dass es durchaus trainierbar ist. Also wenn ich es jetzt nicht gemacht hätte, wenn ich anders aufgewachsen wäre, das Ziel habe ich ja gehabt. Nur ist es möglich, dass es länger gedauert hätte. Das wäre möglich. Aber ich denke, es ist grundsätzlich alles möglich. Man kann sich alles antrainieren. Man muss nur auf seinen Körper hören, ihm Zeit geben, viel reflektieren, mit guten Freunden über das Sprechen, über diese Gefühle auch und über das Schwimmen allgemein. Und dann geht es schon. Das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und einfach tun. B-O-N, tun. Dann weiß man es. Ja, das gefällt mir so, dass du sagst, einfach tun, einfach reingehen, das einfach machen. Und das, was ich eingangs meinte, die Josef-Methode, ist letztendlich auch, ja, mach es einfach. Weil mein Zuge zum Eisbaden war oft eher dann über diese, sag mal, Hoff-Geschichte, was eher so eine sehr meditative Sache ist. Man geht rein, konzentriert sich auf seinen Körper, hört in sich rein. Und du hattest, glaube ich, erzählt, du hast das auch so gemacht und hast dich so ein bisschen gelangweilt. Du bist reingegangen und dachtest, na, muss ich ja irgendwas machen. Muss ich ja schwimmen. Ja, weißt schon, also bei mir war ja das Ziel, von Foxtone oder von Dover nach Calais zu schwimmen. Und jetzt gehe ich ins kalte Wasser und Italiener haben mir gesagt, ich soll reingehen ins kalte Wasser. Ja, reingehen, jetzt bin ich da drin. Ja, was mache ich jetzt? Das habe ich ein paar Mal gemacht und dann habe ich mich entschlossen, nein, ich muss jetzt mich bewegen, ich muss schwimmen, weil ich werde den Ärmerkanal in 15 bis 17 Grad kalten Wasser durchschwimmen. Also ich muss lernen, mich da drin zu bewegen. Und das klappte dann auch gut und somit hat meine Eisschwimm-Karriere begonnen. Also, ja, wenn ich dieses Ziel vielleicht nicht gehabt hätte, wäre ich vielleicht gar nicht ins kalte Wasser gegangen oder ich weiß es nicht, ja. Aber ich bin glücklich, dass es so gekommen ist, weil es hat mein ganzes Leben verändert. Ja, also ich verstehe alle, die jetzt nur drinstehen, kann ich durchaus verstehen und auch bei meinen Sonntagstraining, die übrigens ja auch gratis sind, da sind viele am Anfang, die nur drinstehen und sich immer die Kälte auf sich wirken lassen. Die können vielleicht auch nicht so gut schwimmen, die trauen sich das dann auch nicht zu. Finde ich auch voll okay, weil die haben für sich ja auch ein Risikomanagement gemacht. Die haben beschlossen, nein, ich stelle mich mal rein, weil ich nicht weiß, wie es mir geht, wenn ich rausschwimmen würde. Finde ich voll okay, finde ich voll super, die sind eh schon einen Schritt weiter. Es gibt welche, die machen einen Kopfsprung rein und versuchen rauszuschwimmen bis zur Mitte vom See. Dass das nicht klappt, das ist verständlich. Also somit muss ich sagen, die sind eh sehr trug und versuchen schrittweise das kennenzulernen, eine Rückmeldung zu bekommen und Vorsicht ist immer besser, als dann irgendwie was beheben müssen. Oder gerettet werden, ganz schlecht. Ja, ich finde es wichtig, die Perspektiven zu haben und auch ein bisschen spielerisch ranzugehen. Was ich genau, ich habe lange reflektiert über das Wochenende bei dir und was mich auf jeden Fall fasziniert hat, war, dass du, ich sage mal, so ein total entspannter Typ insofern bist auch, der sagtest, du hattest mal eine Weltmeisterschaft gehabt, davor hast du Geburtstag gehabt, hast davor gefeiert, die Nacht auch noch ein bisschen getrunken, wenig getrunken. Geburtstag, das war mein Geburtstag vorher. Ja, und trotzdem einfach einen Weltmeister, du geholt hast und trotzdem Weltrekord gemacht hast. Ja, also bei dieser Weltmeisterschaft wurde ich nicht Weltmeister, aber grundsätzlich ist jeder, der da mitmacht, eh schon eine tolle Person. Das Ganze war in Burghausen, das Wasser hat zwei Grad gehabt und die sind da tausend Meter auf Zeit geschwommen. Also Hut ab. Ich wusste, dass ich, ich hatte einen Tag zuvor an meinem Geburtstag, war noch bei meiner Schwester, die hat mir Torte gepackt und es ist bei uns an diesem Tag immer ein großes Fest und für mich war jetzt Weltmeister zu werden war keine Option, war ja nicht vorstellbar. Ja, und das muss man auch genießen können. Man muss nicht immer verbissen hinter Meter und Sekunden sein, sondern ich bin ja normaler Mensch wie alle anderen und die haben das lockerlässig heran und ja, das finde ich auch toll, die jetzt um den Weltmeistertitel mitschwimmen. Also die sind ja super tolle Athleten und Hut ab. Wenn mein Tag da ist, dann bin ich auch voll fokussiert. Ja, für mich war das, was ich mitgenommen habe, dass, also ich persönlich mache, also ich optimiere oft Sachen kaputt. Ich mache mir so viele Gedanken, dass ich da Spannung aufbaue, zu angespannt bin und dann eigentlich mehr schlechtere Leistung auch erziele. Und bei dir hat man das so schön gesehen, was ich eigentlich auch ständig erfahrungsgemäß habe. Wenn ich mich entspanne, halt auch mal fünf Grad sein lasse, dann habe ich plötzlich auch viel bessere Leistung und ich habe nichts kaputt optimiert. Das finde ich so ganz, ganz spannend. Ja, ich sage mir auch, ein Weltrekord, ja, wenn ich es nicht schaffe, ja, was soll ich machen? Im Nordkanal war ich 15 Stunden bei 13 Grad Wassertemperatur und ich habe es halt dann leider nicht ganz geschafft. das wäre toll gewesen, aber ich hätte nicht noch zehn Stunden weiterschwimmen können. Die Strömung war gegen mich, die Natur ist stärker. Was soll ich machen? Ich habe mein Bestes gegeben, bin stolz auf mich, dass ich überhaupt so weit gekommen bin und gegen die Natur, was soll ich machen? Ja, die ist stärker als ich. Und das finde ich auch gut. Eine Rückmeldung von der Natur bekommen. Der Mensch kann nicht alles schaffen. Die Natur ist einfach stärker. Und deswegen bin ich auch so dafür, dass wir die schützen, weil irgendwann wird die zu aggressiv und wir vernichten sie und da kommt nichts Gutes bei raus. Die gibt uns das zurück. Ja, und ich meine, da ist ja, was wir im Hintergrund sehen, gerade den Gletscher, die Gletscher-Schmelze ist ja ein gutes Zeichen dafür. Engagierst du dich da oder wie bist du da? Wie setzt du dich an? Ich habe das eh gemerkt so beim Kurs selbst. Ich zeige euch so ein bisschen die Schönheit der Gletscher und versuche halt auf euch, auf die Teilnehmer einzugehen und denen klarzumachen, dass es halt besser wäre, da mehr zu achten drauf. Das ist schon, ja, ich weiß, in der Stadt wäre ich oftmals belächelt, wenn ich mich hinbücke und irgendwo eine Bettflasche aufhebe und dann in den nächsten Nistkügel schmeiße. Aber würden das alle machen beziehungsweise die gar nicht am Boden hinwerfen, dann wären wir schon einen Schritt weiter grundsätzlich. Das ist jetzt nur ein kleines Ding, aber das soll halt im Kleinen entstehen und dann ins Große übergehen. Wir brauchen nicht die großen Lithiumionen-Akkus. Wir müssen nicht die Kohlen verbrennen. Es gäbe auch andere Möglichkeiten und wir müssen nicht immer so auf Profitgier sein, weil das bringt nichts. Wir zerstören unsere Umgebung. Wer leert sich schon Wasser in sein eigenes Bett und geht dann rein schlafen? Das ist ja ungemütlich. Wer zerstört seine Wohnung und will dort wohnen? Ich weiß es nicht. Die Menschheit ist ein bisschen eigenartig. Ich habe gerade heute die Geschichte des Terrors vorgetragen am Flughafen Wien. Ja, das ist kein schönes Thema, aber auf Minderheiten oder generell auf jemanden anderen oder auf die Umwelt nicht zu achten, macht uns ja selbst zu den Verbrechern und zwingen praktisch andere zu Terroristen zu werden oder den Terrorismus zu frönen, weil die haben keine andere Chance als sich zu wehren. Die haben natürlich auch ihre Hintergründe wie Gier und so weiter, aber grundsätzlich sind sie ja benachteiligt worden in irgendeiner Weise. Sei es in Südafrika, in der Apartheid, die Afrikaner, die schwarz, die farbigen Menschen unten oder sei es in Afghanistan jetzt oder Irak oder sei es in Syrien oder, gutes Beispiel, Israel. Wenn wir alle miteinander gut auskommen würden, dann gäbe es das alles nicht und so ist es auch mit der Umwelt. Wenn wir uns alle darum kümmern würden, Profit hier runterschraufen, dann wäre es auch besser, aber der Mensch ist halt anders als wie Tiere, mit dem man zum Vorteil. Da kann man viel von der Natur oder auch von so einem Kletscher lernen. Also wo ich da war oder allgemein, wenn ich in Bergen bin und spüre die Natur, sehe mich als Teil der Natur, dann, wie du sagst, also einmal ist das Gefühl, ich bin machtlos, also es ist ganz viel Demut erst mal, es ist ganz viel Demut gegenüber der Natur da, sie ist mächtiger als ich. Ganz ehrlich, wenn ich da sterben würde in dieser Höhle, das würde die Natur ja gar nicht interessieren. Das würde die gar nicht interessieren. Das spielt keine Rolle, ich spiele keine Rolle. Es gibt keine Artikel in der Naturzeit. Genau, ja, eben. Ja, und dann ist es alles so schön, dass man sich dann nach so einer Perspektive, nach so ein paar Tagen oder allgemein eigentlich meiner Meinung nach mit ein bisschen offenen Augen durch das Leben geht, sich gar nicht vorstellen kann, wie man so viel Unheil anrichten kann. Ich hatte zuletzt den Dani mit. Der Dani ist aus Deutschland, er ist blind und hat eine leichte geistige Einschränkung, aber er ist auch da rein. Er ist auch über Leitern als Blinder runtergestiegen. Er ist ins Wasser rein, über Leitern. Ich war bei ihm im Wasser. Ich habe ihm geholfen. Und er ist jetzt nicht so weit geschwommen, aber er hat es geschafft. Er hat sich gesteigert. Das erste Mal reingehen. Ich war blind überstiegen, Unsicherheit und so weiter. Also da denke ich dann schon, wie stark kann man wirklich sein, dass alles die ganzen Einschränkungen, die er hat, über Bord zu werfen, aus dem einen Grund, er will das auch erleben, so wie wir anderen auch alle. Weil meistens ist es so, dass sie ja nicht alles erleben können, das, was auch wir erleben. Und für mich ist es auch sehr wichtig, dass ich so wie dem Dani die Möglichkeit gebe, dieses Erlebnis zu haben. Und das macht mich dann auch stolz, weil du bekommst ja sofort eine Rückmeldung. Von diesen Menschen bekommst du sofort eine Rückmeldung. Die freuen sich wahnsinnig. Die sind extrem stolz auf sich. Und es ist einfach herzlich. Es gibt mir viel zurück. Ja, du hast schon so schön gesagt, die Kälte und das Eisschirm hat dein Leben verändert. Ja, welche Aspekte hat es denn verändert? Wie beschreibst du das? Viel eigentlich. Also alleine, ich habe den Arbeitgeber gewechselt und ich war zuerst beim Militär. Bin jetzt im Klimaschutzministerium. Bin nach wie vor in der Luftfahrt. Dort war ich auch in der Luftfahrt, in Teilbereichen. Ja, ich gehe jetzt Richtung Selbstständigkeit. Ich habe mir ziel gesetzt, verfolge die auch akribisch. Ich versuche mir durch diese Arbeit und durch den Übergang in die Selbstständigkeit für mich mehr Raum und Zeit zu schaffen. Um noch mehr mich einzusetzen für die Dinge, die mir richtig sind. Und das hat schon in gewisser Weise das Eisschirm bei mir bewirkt. Also eine Klarheit zu bekommen, was ich will. So klar wie das Eiswasser ist, so messerscharf wie du deinen Verstand schärfst im Wasser, im kalten Wasser, so hat es mich verändert. Immer mehr fokussierter zu werden. Den Weg zu finden, aus einem Beamtentum Richtung hin zur Selbstständigkeit. Also bei mir hat sich so viel getan und es tut sich noch viel mehr. Und ich finde diese Zeit so extrem spannend und freue mich auf jeden Tag. Erlebe jeden Tag jetzt wie ein Abenteuer. Es tut sich immer was Neues und bin gespannt, was die nächsten Tage bringen. Ja, das ist total, total schön, weil die Effekte, die du beschreibst, das klingt einfach großartig. Und die meisten Leute gerade so in meiner, meine Zuhörer, die denken bei Kaltbaden so an, ich bilde paulines Fett, ich verbessere meine Körperkomposition, ich schütte mehr Dopamin, habe bessere Stimmung und machen das so irgendwie zieler. Als wissenschaftlich genau und als Gesundheitsmaßnahme. Und bei dir ist so viel mehr dabei. Also klar, wenn du sagst, du hast so einen scharfen Geist, dann könnten wir ja sagen, okay, du stößt deshalb Glukamin, Adrenalin aus und hast deshalb diesen scharfen Geist. Aber offensichtlich, es interessiert dich gar nicht so, weil warum auch? Ja, warum auch eigentlich, ja? Also mir geht es eher so, mein Motto ist ja, jeden Tag ein Abenteuer. Und dieses Eisschwimmen ist ja nicht nur Abenteuer, so die äußere Wirkung auf mich oder das Erleben, das Wilde irgendwo runterhauen oder ins Eis gehen, sondern das, was in mir drin abspielt, sich abspielt. Dieses Abenteuer im Herzen, in meiner Seele, dieses Gefühl, diese Emotionen, es ist ja, ja, immer welche Hormone da gerade mitspielen. Ich finde es einfach toll, das erleben zu dürfen und das vielleicht anderen weiterzugeben und nicht immer alles zu hinterfragen, sondern erleben. Das hält uns ja oftmals, dieses ganze Hinterfragen, hält uns ja auch auf, etwas wahrlich zu erleben. Oftmals muss man etwas am Handy festhalten, damit man es nachher anschauen kann. Man schaut, dass man das Handy mal weglegt und es einfach genießt. Reingehen, so wie man das ja auch macht, die Wim Hof Methode einfach so ins Eisbecken reinlegen. Einmal die Augen zumachen, schauen, was passiert. Da haben wir ja das gleiche Medium, die Kälte. Das verbindet uns ja ganz, ganz stark. Und ja, erleben, alles andere einmal wegräumen und tun. Einfach nur tun. Das ist wunderschön. Also ich habe da jetzt auch ganz viel aufgeschrieben, gerade als Zitate. Also gleich erstmal erleben, statt hinterfragen. Das ist total wichtig, weil, also ich sage dir genau, gerade meinen Zuhörer, und da bin ich auch mit dabei, so ein bisschen, ist, dass wir super viel Wissen intellektuell verstehen, ganz viel Information haben, aber die halt eigentlich gar nicht anwenden und nicht erfahren und die, ich sage mal, auch nicht verkörpern. Also weil, die sind ja gar keine verkörpertes Wissen. Die haben zwar Informationen, aber eigentlich ist das fast sinnlos. Wahrscheinlich manche Zuhörer wissen mehr über Kälte als du, aber was bringt dir das? Ja, absolut, ja. Wenn die nicht die Erfahrung damit haben, das ist ja das, wovon unsere Seele eigentlich lebt. Also die Seele interessiert da eigentlich nicht, wie wir wissen oder wie viele Informationen wir haben, sondern was wir erlebt haben. Ja, viele fragen mich so, warst du auch auf dem Kurs, hast du das auch erlebt oder hast du das Buch gelesen? Das klingt ja genauso, als ob ich sage, nein, ich habe es nicht gelesen. Ich habe es einfach erlebt. Ich habe es erfahren. Und das ist jetzt das, was ich erlebt habe. Und die gebe ich euch weiter. Also ich habe nichts erlesen. Ich habe für, ja, ab und zu liest war ein Artikel, aber ich habe euch zum Beispiel dabei gehabt, ihr habt viel erzählt, ich habe da geschaut, was ihr alles wisst, wie toll und tolle Erfahrungen. Der Max hat auch viel erzählt, die Josefine hat viel erzählt, das war echt total super. Ich habe da aufgesaugt wie ein Schwamm und habe mir gedacht, wow, super. Also echt toll. Und da haben wir einige Bücher notiert natürlich, weil ich mir gesagt habe, sobald ich da mal Zeit habe, dann kaufen wir die, dann lese ich mir die auch durch. So wie jetzt auch das Buch, das du beschrieben hast, klingt wahnsinnig interessant. Vielleicht kann ich noch was für mich da rausholen. Nein, es ist so toll, wenn man sich wiedererkennt in einem Buch. und ich bin ja auch gerade am Buch schreiben und der Max hat mir das ja, der Max Gottschler hat mir das ja, wie wir den Workshop oben gehabt haben, da hat er gesagt, willst du nicht ein Buch schreiben? Er kennt ja jemanden von der Münchner Verlagsgruppe. Ja, jetzt ist es so, wir schreiben ein Buch und da kommen eben verstärkt eben nicht diese wissenschaftlichen Hintergründe, weil da gibt es Bücher en masse. Es wird Die Klosophie, jetzt hast du eine Kälte geschrieben. Ja, es geht so ein roter Faden durch, der sich um ein gewisses Thema eben schminkt, aber ganz viele Erlebnisse und die Erfahrungen daraus werden das sein. Der rote Faden geht durch, der wird am Anfang auch beschrieben, dass man sich an diesem Faden orientieren kann und danach wird auch das Ganze dann aufgelöst, was die Conclusion ist und ich denke mal, es wird ein ganz spannendes Buch und sollte vielleicht im Februar schon fertig sein, wir werden sehen. Da freue ich mich. Ich denke, das braucht man mehr, das brauchen wir mehr. Ich denke, wir stecken oft zu viel im Kopf, da brauchen wir genau diese Erfahrung und das war mit das Wertvollste von dem ganzen Wochenende. Also, wenn man mich so gefragt hat, viele haben mich dann gefragt, was habe ich denn gelernt? Und ich habe dann auch gemerkt, es war einfach schön. Es war einfach unbeschreiblich schön und dabei habe ich so viel gelernt. Ich bekomme oftmals auch so die Frage, gibt es ein Handout dazu? Also so die Punkte zum Durchlesen und Lernen und so gehen. Es ist auch so, zu Beginn gab es ja noch weniger Informationen zu meinen Kursen und da hatte ich die Aline aus Mexiko da und ihr Vater hat gesagt, das geht so nicht, da gibt es keinen Tagesablauf, da gibt es keine Inhalte. Sie fliegt jetzt von Mexiko hier rüber nach Österreich und macht ja beim Seminar oder Kurs mit und der Vater weiß gar nichts über mich und über das, was wir hier machen. Und die Aline hat mir erzählt, also er ist drauf und dran, wenn sie sich nicht mehr meldet, dann kommt er. Dann kommt er. Und sie hat sich immer gemeldet und es war super für sie und es war einfach, sie hat viel Spaß gehabt, sie hat das erste Mal Schnee gesehen, also das erste Mal, dass es geschneit hat und ein tolles Erlebnis auch für sie und oftmals ist es vielleicht besser, weniger über den Ablauf dann auch zu wissen als wie so einen punktuellen, weil du weißt ja, wir mussten ja auch teilweise auf das Wetter, das dort herrscht, im Hochalpinenraum eingehen und flexibel handhaben und wenn man da jetzt einen fixen Plan hat, dann ist man vielleicht sogar enttäuscht, das geht jetzt so nicht und da nehme ich voraus, dass jeder die Flexibilität an den Tag legt und mit der Natur und mit der Umwelt mitgeht und erleben sie genug vor allem im Endeffekt. Ich habe vor Jahren eine Reiki-Ausbildung gemacht und meine Reiki gerade gemacht und da war ich auch am Anfang völlig verwirrt, weil es war auch so, dass wir eigentlich den ganzen Tag einfach nur geredet haben. Ich dachte immer, wo ist jetzt der Plan? Was ist jetzt der Lehrplan? Ich dachte, ich habe eine Ausbildung für drei Tage und wir haben nur geredet und geredet, geredet, bis ich verstanden habe, dass das mein westlicher Geist war, der ein Schulsystem möchte und die östliche Didaktik vielmehr so war, dass wir im Gespräch und im Machen erfahren haben und dabei gelernt haben. Ich war auch erst enttäuscht, da habe ich gedacht, nee, nur meine Erwartung war anders. Also klar, ich war enttäuscht, weil ich hatte mich getäuscht, ich hatte mich getäuscht und dann kam es zu was anderes, aber das war auch ganz interessant, wo ich verstanden habe, okay, im östlichen Gefilden lernt man wahrscheinlich ganz, ganz anders. Man erfährt und redet, erzählt Geschichten und lernt so, ja. Ja, ich glaube auch, dass da gibt es viele weise Sprüche, die haben wir dann am Tisch, aber man muss den Inhalt verstehen im Hintergrund und das Leben, ins Leben umsetzen. Und gerade heute habe ich Ihnen gesagt, meinen Schülern, die ich unterrichtet habe, zum Thema Terror, Cui Bono, im Prinzip, wem nutzt es? Was nutzt dir eine Ausbildung? Das ist wichtig, dass es du verinnerlichst, das, was du da gesehen hast, die Gefühle, Emotionen, das muss der wahre Wert sein, nicht ein Handout, wo ich es nachschlagen kann, sondern, das Gefühl, das Umsetzen, dem, was ich gehört habe, was ich erlebt habe, was in mir dann schlummert, was ich an Neues, an Stärken an mir entdeckt habe, dass ich das dann nach außen trage und da vielleicht auch weitergeben kann. Dem, wie du es eigentlich richtig machst, du gibst dir ja viel weiter auch. Du machst ja auch Superkurse, ich verfolge das ja auch und mit welcher Power du auch an diesen Raum gehst und es ist toll, wenn das ja auch andere Menschen dann mit dir erleben können. Die sollen es aufsaugen, die sollen für sich dann erleben, was sie wert sind und wo sie beitragen können in der Gesellschaft und wo sie erleben dürfen. Was ich klasse finde, wo ich gerade über nachgedacht habe, war, viele fragen dich nach dem Handout. Was ist das? Oder vielleicht noch ein Zertifikat. Wurdest du ja bestimmt auch schon gefragt, denke ich mal, oder? Ja, ja. Zertifikat oder sowas. Händler auf Daumen drücken und dass damit die Emotionen, die Erfahrung abgespeichert und sag mal, ja, ein mentales Foto gemacht, hast du selber ein Zertifikat in deinem Gehirn abgespeichert. Und das ist ja wahrscheinlich so viel wertvoller als, ja, irgendwas anderes. Ja, ich habe auch so mit 12, 13 Jahren begonnen mit autogenem Training, selbstständig mit so einer Lernkassette damals noch und Walkman und war halt dann ziemlich gut in dem autogenen Training. Ich habe dann wieder einschlafen lassen und habe dann auch einmal eine Indianerin getroffen bei uns in den Bergen. Die ist da so gewandert. Ihre Abstammung, sie war Amerikanerin, sie Abstammung von irgendeinem Indianerstamm. Und damals war es halt so, ja, man hat sich halt ein Fotoapparat gekauft und man macht Fotos. Und sie hat dann, weil ich mit ihr ein Stück gegangen bin, sie hat mir dann gesagt, sie hat kein Fotoapparat, sie macht hier keine Fotos. Wenn sie etwas hier sieht, dann raubt sie nicht dem, was sie sieht, den Geist, sondern sie sieht es und sie merkt sich das. Sie hat dieses Bild vor sich. Sie kann sich das merken und sie lebt es dann. Aber sie will der Natur und diesen Individuen, sei es Gräsern, Blättern, Bäumen oder sonstigen, oder Tieren, nicht die Energie rauben, indem, dass ich sie fotografiere und jeder das anschauen kann, dem ich es zeigen möchte. Das behält sie für sich, es ist in ihrem Körper, in ihrer Seele drin, in ihrem Geist, dieses Bild. Und das hat mir schon auch zu denken gegeben. Ja, es sind halt im Leben, das Leben ist wie ein Puzzle-Spiel, ja, oder wie ein Puzzle. Irgendwann einmal wird das Bild schön, ja, am Anfang hast du zwei, drei Teile, wenn du geboren bist. Aber das legst du mit jedem Jahr, mit jeder Woche hast du ein neues Puzzle-Teil, das du richtig hinlegst. Manche Teile musst du zuerst x-mal drehen oder legst sie zur Seite und holst ein anderes und legst es rein. Und irgendwann kommt dir vor, super, ich glaube, mein Puzzle-Teil, mein Puzzle ist jetzt alt fertig. Das Bild wird immer schöner. Ich bin am richtigen Weg. Es fehlen noch ganz wenige Puzzle-Teile, dann ist mein Bild fertig. Und wenn es fertig ist, dann beginne ich ein neues. Und so soll es sein. Ja, ja, wunderschön. Was sind denn die nächsten Puzzle-Teile bei dir, die dir jetzt noch, die du vielleicht schon ein bisschen kennst, wie du vorhast, die nächsten Schritte? Ja, also jetzt kommt einmal eben der nächste Workshop. Dann darauf im November habe ich noch einen Workshop. Dazwischen trainiere ich eben, ich will jetzt wirklich eine ganz, ganz lange Distanz im Eiswasser schwimmen, also unter 5 Grad. Mir schwebt eine Zahl vor von 5000 Metern in unter 5 Grad. Das ist so mein Ziel, das ich im Herbst schaffen möchte. Es ist immer schwierig, weil die Wassertemperaturen lassen sich schwer einschätzen. Das Team muss passen. Ich versuche es einfach. Wenn es nicht jetzt klappt, dann bricht mir auch kein Bein. Das werden wir sehen. Dann mache ich noch mit einem guten Freund aus München bauen wir gerade eine Eisschwimmer-App. Ein Riesenteil. Ich will nicht viel zu verraten, ich will nicht gar so viel verraten noch, aber das wird auch eine ganz tolle Sache. Ja, dann den Weltrekord heute auch in der Gletscherhöhle hinter mir, den möchte ich heute schon auch noch machen, aber das werden wir sehen, wie es passt. Wir bereiten einen Kinofilm vor, der 2023 gefilmt wird oder aufgenommen wird. Da geht es um Atmung, vor allem auch. Da werde ich mich in ein neues Terrain begeben. Da habe ich schon ein bisschen begonnen. Ab neue Tauchen. Ja, da wird was versucht, auch im Eis, auch dort im Hintertuxer Gletscher. Das ist ein liebgewonnener Gletscher. Ja, das werden wir sehen. Und ja, in ganz ferner Zukunft, nächste Woche, bin ich wieder am Gletscher oben mit einem YouTube-Filmteam. Wir haben auch für den uns allergroßgeschätzten Wim Hof ein Video schon aufgenommen, das 15 Millionen Aufrufe gehabt hat. Also die wollen mich unbedingt haben. Wir machen da was für den Workshop, für die Umwelt auch. Ich zeige denen, wie die Gletscher wegschmelzen, was sich da tut. Und vielleicht auch, ich kann nicht für allzu viel sagen, was mir jetzt dagegen tun soll. Ich kann nur darauf bochen, dass sich jeder einfach bei der Nase nimmt, egal wer das sieht, und ein Kleinweg mit ihm. Das sind so ein bisschen die Sachen, die ich vorhabe. Wir werden sehen. Meine Transformation im Arbeiten wird auch noch ein bisschen fortgesetzt. Also wie gesagt, ich lasse mich auf viele Abenteuer ein und es kommen immer wieder neue Ideen. Mir wird nicht falsch. Ja, das ist schön zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon gesagt haben, aber die Josefine meinte ja auch, du, wir müssen dann dieses Jahr noch einen Kurs beim Josef machen, weil bald hat der keine Zeit mehr. Bald ist der auch Jahre ausgebucht und bald geht das gar nicht mehr bei ihm, weil er so zum Star wird. Deshalb meinte Josefine, er darf das mal jetzt gleich machen. Und ja, vielleicht hat sie recht. Wer weiß. Ja, ich weiß nicht. Also in mir ist es jetzt ein gutes Leben und ein vernünftiges Leben ist mir jetzt wichtiger als ausgebuchte Kurse. Also ich habe jetzt für nächste Woche für den Kurs jetzt nur drei Teilnehmer. Das macht mir aber nichts, weil ich habe auch mit drei Teilnehmern Spaß. Ich will ja auch drin schwimmen und man weiß nie, für was es gut ist. Also meistens hat das auch einen tieferen Sinn, dass jetzt einmal eben weniger Leute sind, dabei sind. Vielleicht ist es auch für mich eine neue Erfahrung, mehr Ruhe auch für den Ausbildner. Also wie es jetzt bei mir ist, es hat sich ja im Vorfeld. Also es ist etwas, es schwebt da sicher was mit, was eine andere Auswirkung hat, als was ich mir jetzt erst vorstellen kann oder noch vorstellen kann. Ich lasse mich halt auf das immer ein und Geld ist jetzt nicht das Wichtigste. Ja. Ja, Wahnsinns Einstellung. Ja, mir fällt ein, eine Frage habe ich nämlich noch bekommen und die finde ich auch spannend. Das habe ich dich auch in der Haltung schon gefragt, war bezüglich der Ernährung. Ob du spezielle Sachen hast, was für die Ernährung beachtest, damit dir weniger kalt wird, was deine Leistungsfähigkeit fördert. Also ich hatte im Januar 90,5 Kilogramm und ich importiere ein Nahrungsergänzungsmittel aus Finnland. Das darf ich ja sagen. Ich bin auch stolz drauf, weil es eine tolle Sache ist, aber jeder lobt seine Ware, ist logisch. Ich habe dann in sechs Monaten über zehn Kilogramm reduziert. Bin jetzt, war bei 79 Kilo, jetzt bin ich bei 81 Kilo. Bin aber diesen Weltrekord im Hintertuxer Gletscher mit 82,5 Kilogramm geschwommen und viele haben gesagt, bist du verrückt, du kannst jetzt nicht hier abnehmen und willst dann im Gletscher einen Weltrekord schwimmen. Weil die These heißt, Fett dichtet ab, Fett hält dich warm. Ich glaube, ich habe da eine Gegenthese bewiesen, eben, dass es eben mit Training auch ohne dieses Fett geht. indem du einfach trainierst. Nicht auf Fett verlässt, sondern einfach tust. Trainieren, trainieren, trainieren. Ein in die Tiefkildruhe mit kaltem Wasser. Coolpacks auflegen. Cool Emotion Jacken ansehen. Und, und, und. Und natürlich, was aber auch sehr wichtig ist, ist, dass du auf die Nährstoffe haftest. Dass du wirklich gut versorgt bist. Bei allem harten Training, dass die Basis, die Basis muss einfach stimmen. Die Basisernährung, die ist wichtig. Und da kann es jetzt dieses Produkt sein, das Produkt sein. Ja, alle sind irgendwo gut. Sonst würden sie es nicht alle verkaufen. Ich nehme halt das, was ich vertreibe. Da bin ich halt der eigene User. Und der kann somit es auch, damit auch Werbung machen, weil es bei mir anscheinend der Hauch hilft. Und ich lebe gut, ich habe weniger Gewicht. Und ich bin jetzt den 31. Tag vegetarisch. Wie ihr dort wart, da war ja die Diskussion auch, ja, das SM-Hotel ist jetzt für veganen Vegetarier. Das sind nur so Beilagen und teilweise halt mit, ja, teilweise noch Speck bei den Kartoffeln drin und so. Das ist wie ein Vegetarier oder veganer Katastrophe. Und warum ich jetzt vegetarisch geworden bin, ist eigentlich, dass ich mir gesagt habe, ich will das jetzt einmal aus den Augen meiner Kursteilnehmer sehen. Und dann habe ich zwei Wochen kein Fleisch gegessen, bin dann auf den Workshop hin und dann habe ich es gesehen. Das ist anders. Du nimmst es anders wahr. Und wenn du dich ein bisschen beschäftigt hast mit DCM oder auch mit eben mit dem vegetarischen Essen, du brauchst jetzt einfach auch eine andere Nahrung, nicht nur Beilagen. Die müssen es richtig kochen. Proteine, Ohnen, Linsen und so weiter. Es gehört alles dazu. Eigene Gerichte, nicht nur Beilagen. Und jetzt sind wir auf einem guten Weg, dass ich dort in dem Hotel auch was verändere. Weil ich halt schon auch 350 oder 400 Nächtigungen dort gemacht habe. Die hören dann auf mich. Und wenn ich was bewirkt habe, dann Hurra. Bei mir hat es bewirkt, dass ich mich wohlfühle. Ich kann jetzt auch vor einer Wursttheke stehen, ohne dass ich jetzt sage, das interessiert mich ja gar nicht. Ich brauche es nicht. Wobei ich da schon ein bisschen einen Vorteil habe. Ich glaube, ich habe dieses Gen, dieses Abhängigkeitsgen. Ich könnte jetzt Alkohol trinken, ich könnte rauchen, aber nächsten Tag brauche ich es nicht mehr. Ich kann jetzt laufen, 200 oder 100 Kilometer in der Woche. Ich brauche es dann nicht mehr. Dieses Gen habe ich nicht. Ich bilde mir was ein, mache einen Plan, ziehe das durch und wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Und vegetarisch, das gefällt mir momentan. Ich erlebe ja auch neue Geschmäcker. Ich versuche, Neues zu kochen. Das ist auch ein Erlebnis, auch ein Abenteuer. Und ich bin immer gespannt, wie lange dieses Abenteuer noch geht und was mir auf diesem Wege noch alles passiert. Man merkt es auch, dass viele das als gut empfinden, dass man diesen Schritt gegangen ist. Wenn ich mir denke, vor 20 Jahren hätten alle gedacht, bist du verrückt. Was machst du denn da? Du wirst verhungern oder du wirst an die falschen Nährstoffe kommen. Dass ich Vitamin B12 brauche, das habe ich mit meinen Spirulina in meiner Arctic Nutrition Serie ist eh alles drin. Oder im Getränk von Flo mit Sandboren. Du hast genug Vitamin B12 oder andere Eisen, Vitamin D, das brauchst du jetzt alles ein bisschen. Okay, das habe ich aber. Abgedeckt, Blutuntersuchung, alles perfekt, was will ich. Ich glaube, ein ganz großer Aspekt ist, dass du dabei auch einfach das liebst und so leicht dabei bist und dann wird es auch funktionieren. Bei diesen ganzen Ernährungsthemen, wo ich jetzt gar nicht groß rein möchte praktisch, machen sich viele Sorgen und zerdenken so viel und ich glaube, dann passieren auch viele schlechte Sachen. Weil man es einfach macht mit viel Leichtigkeit und Lockerheit, dann, also ich glaube, dein Körper macht das auch einfach locker. Ich verstehe viele Richtungen, vieles ist für mich okay, wenn das jemand probieren möchte. Ich denke mir immer, wenn er jetzt das nimmt oder wenn die Person jetzt das so macht, wie geht es ihm jetzt besser? Also was hat es jetzt bei ihm getan, dass er jetzt sagt, das ist das Beste und jetzt bin ich weiter oben, als was ich vorher bin. Da bin ich mir nicht sicher. Das kann ich oftmals nicht erkennen. Ich denke mir halt, okay, jeder soll sich wohlfühlen, jeder soll Spaß daran haben, aber ich wüsste jetzt auch nicht, dass mich da jetzt irgendwas flashen würde. Ich fühle mich wohl, aber dass ich jetzt übersteigertes Selbstbewusstsein hätte deswegen und andere damit infizieren will, das will ich gar nicht. Mir geht es gut mit dem, was ich mache. Wenn ein anderer sagt, ich werde es auch probieren, ja okay, dann machst du es, aber ich verstehe auch alle anderen Philosophien. Also wie gesagt, man soll Spaß dabei haben. Das ist das Wichtigste. Ja schön, also ich denke, das ist auch langsam guter Abschluss, weil das Thema jetzt, was du jetzt gerade sagst, das ist das gleiche Thema, was ich so durchziehe. Du sagst, es muss erfahrungsgemäß funktionieren, muss Spaß dabei haben und ich glaube, diese ganze Ernährung, überall reden wir viele oft drüber, werten wahr oder falsch mit dem Verstand von Fakten und sowas und ich frage mich auch oft dann, ja funktioniert es denn aber eigentlich? Dann merke ich auch hier, nee, eigentlich funktioniert es gar nicht. Vielleicht haben sie sogar irgendwie recht oder so, sie haben irgendwie recht, weil es logisch klingt, aber es funktioniert nicht und in diesem Punkt hat das überhaupt keinen Sinn mehr, brauchen wir eigentlich gar nicht weiterreden. Und was für dich funktioniert, damit hast du irgendwie recht. Da schließe ich das Kreisrichtung, der Kreisrichtung Eisschwimmen, also auf seinen Körper hören, zulassen, versuchen und man findet dann irgendwann einmal das Richtige. Das ist nicht gesagt, dass jetzt das das Richtige ist, sondern du merkst es selbst, wenn das das Richtige ist. Und mich hat es halt jetzt erwischt, also auch eine Erkenntnis. Vielleicht gibt es in fünf Jahren was Neues, ich weiß es nicht, aber momentan fühle ich mich einfach wohl und bin extrem stressresistent. Also ich arbeite oft 20 Stunden am Tag, habe aber trotzdem Spaß und fühle mich wohl. Und ja, so gehe ich meine Tage. Sehr schön. Ja, also du hast mich, also uns auf jeden Fall motiviert. Ich weiß nicht, ob ich das offiziell sagen darf, aber ich tue es einfach trotzdem. Also wir haben uns vorgenommen, nächstes Jahr so irgendeinen Eisschwim-Wettkampf mitzumachen. Ob es deutsche oder österreichische Meisterschaft ist, also nichts Extremes, keine Eismeile, kein Kilometer oder sowas. Wir wollen einfach nur zusammen da mal Spaß haben und das machen. Was genau und wo genau, wissen wir noch nicht, aber ja, Josy, Dauer und Max, wir haben gesagt, wir wollen das mal machen und wollen einfach ein schönes Abenteuer zusammen machen. Also ich will ja keine Werbung machen, aber wir haben in Österreich jetzt zwei Wettkämpfe, kann man sagen. Einen bereits am 11. Dezember in Hallstatt, also in Obertraun am Hallstädtersee. Da wird es noch nicht so 5 Grad und weniger haben, so schätzen wir eher so 7 Grad, aber das ist gerade der richtige Wettkampf, um einzusteigen. Wir gehen ja bei 25 Metern, das kann jeder. Staffelbewerbe, macht wahnsinnig viel Spaß, dass einer gewinnen muss, das ist klar, aber die Gruppe, wir haben auch Hot-Ups dort, also zum Nachher reinsitzen und Wohlfühlen, Sauna dabei, also ein bisschen so diesen Eis-Spa-Feeling erleben und wir haben am 15. Januar in Altenwörth auch noch einmal eine Meisterschaft, das ist hier in der Nähe von Wien, auch ganz toll. Da machen auch mit, es gibt den österreichischen Betriebssportverband, das heißt, das ist ein Verband, der geht zu Firmen hin und macht mit dem Sport, zeigt den Neuigkeiten, lädt sie ein zu Trainings und so und da sind wir dieses Jahr dabei, ab Herbst. Wir können zu Firmen gehen und können denen das Eispringen, die Kälte näher bringen und wollen somit auch Krankenstände reduzieren, den Leuten ein Wohlbefinden geben und einfach eine neue Türe für die auftun und einfach besser zu leben, neues Abenteuer zu erleben und eine gute, coole Gemeinschaft zu finden, wo jeder toll aufgenommen wird. Schön, ja, das klingt wunderbar. Ja, ich freue mich auf alles, was kommt. Wie für mich, für dich ist die Frage, wenn es jetzt einen riesen Aufsteller gäbe, den jetzt plötzlich die halbe Welt sehen könnte und die ganze Welt von mir aus und einen Spruch von dir drauf, was wäre die eine Nachricht? Ich sage mal, im Super Bowl Halbfinale würde jetzt laufen und die ganze Welt würde Super Bowl schauen. Was wäre die eine Nachricht, der eine Satz, den du draufschreiben könntest? Naja, du kennst den eh. Es hat immer das mit der Liebe, also eben nicht härtisch, willst du es als so, Liebe und ich denke, wenn wir das alle in jedem Bereich eben mit Liebe mehr sehen würden und dann ging es uns allen besser. Ja. Und als Nachsatz, jeden Tag ein Abenteuer. Yeah. Ja. Das würde ich gerne so stehen lassen, allerdings ein was, was ich noch mitgenommen auf dem Wochenende war die großartige Aussage, wo wir irgendwelche Sachen vergessen hatten, man kann mangelnde Ausrüstung immer durch Härte kompensieren. Das habe ich auch mitgenommen, das fand ich gut, ja. Ein Lernen durch Schmerzen. Lernen durch Schmerzen, genau, ja. Ist ein alter Militärspruch. Ja, dann, also vielen Dank, Josef und ich hoffe, wir sehen uns, ja, vielleicht im Winter auf irgendeiner Eisspirm-Weltmeisterschaft. Ja, gleich. Ich freue mich natürlich, wenn dein Buch rauskommt und wenn die Doku rauskommt, das teile ich natürlich alles immer sehr, sehr gerne, genau, damit mehr Leute davon erfahren. Super, freue mich sehr. Ja, danke auf jeden Fall. Euch wünsche ich viel Erfolg im Eis und habt Spaß dabei und macht es mit Liebe. Ja, danke. Ciao.